Und weiter geht es in einer weiteren Folge von Let's Play Fuck Right 2. Im Bild sehen wir ein paar Zebras. Entweder schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen, wissen wir nicht. Oh ja, das Spiel macht schon einig... Ne, wie soll ich sagen? Macht schon einigermaßen Spaß, aber... Im Vergleich zum dritten Teil ist das hier ein Furz. Könnte man sagen. Da ist der dritte Teil um Längen besser. Aber er macht dennoch Spaß. Hehe, das wäre so unfair. Okay, okay, da sind zwei Stück. Ähm. Keine Ahnung, was das jetzt war. Aber ist jetzt auch egal, wir spielen Fuck Right. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Super. Na dann, würde ich sagen, probieren wir es mal, oder? Oh. Valaria. Keine gute Sache. Warte. Okay. Ich würde sagen... Einfach drauf los. Okay. Joa, das klappt doch wunderbar bisher. Joa, alter, wo ist die denn hin? Wahnsinn. Buschfeuer, Buschbrand. Aber ist mir jetzt egal, wir müssen da hin. Gut. Da hinten müssen wir hin, okay. Hier ist auch Diamantenkiste, so wie es aussieht. Würde ich vorschlagen, dass wir mal die Diamantenkiste irgendwie suchen, oder? Hm. Eben wurde doch noch gezeigt, wo die Diamantenkiste ist. Hm, Moment. Da. Geradeaus. Könnte da unten wahrscheinlich sein. Wollen die mich verarschen, sag mal? So, das haben die halt jetzt nur davon. Äh, hoppala. Wow. Alter. Oh, oh. Ich glaube, solange wir hier auf den Felsen bleiben, kann uns nichts passieren. Wow. Wo kommt der denn her? Wo kam der her? Ich sehe nicht, wo er herkommt, ey. Also so ein Shooter bin ich total nicht, ey. Man sieht es, ne? Egal. Ich muss ihn jetzt hier mal runter, weil wir haben bald keine Medipacks mehr. Und da hilft es dann nur noch, sich anzuschleichen. Okay. Tja. Oh, hoppala. Das wusste ich nicht. Weiß nicht, ob man... Ne, das kann man sich nicht nochmal anhören, ne? Mist. Schade. Wo war aber hier der Schütze, sag mal? Muss doch hier irgendwo oben gewesen sein, oder? Ach, da. Sehe ich, Kollege. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wieder da zurück, okay. Dann müssen wir da lang. Gehen wir doch da mal lang. Am besten, wenn wir hier über die Brücke gehen, denke ich mir immer. Mal nachladen. Ah, die war echt gut, die... Panzerfaust-Raketenwerfer. Die hat hier unten alles in Brand gesteckt. Und dadurch sind die gestorben, im Endeffekt. Oder durch die Wucht halt. Aber es war gut. Ah, ein Jeep. Der kommt mir gelegen. So, wo müssen wir denn jetzt... Wie müssen wir denn jetzt hier lang fahren? Jetzt erstmal hier auf die Straße. Dann müssen wir noch weiter nach vorne fahren. Für auf die Straße. Dann müssen wir hier links abbiegen. Dann rechts abbiegen. Und gleich müssten wir schon da sein. Guck, guck, Leute! Ihr kriegt mich nicht. Nein, ihr kriegt mich nicht. Was ist denn hier los? Wow! Was geht denn hier ab? Steig doch mal aus. So, erstmal hier verstecken. So. Der eine ist schon mal hin. So, wir müssen aufpassen auf das Buschfeuer hier. Und dass wir selber nicht drauf gehen. Sind überhaupt kein Shooter, ey. Das merkt man, glaube ich. Ja, ich komme. Ihr Kamerad ist schwer verwundet und braucht medizinische Versorgung. Wenn Sie Spritzen besitzen, können Sie versuchen, ihn zu heilen, indem Sie H oder linke Maustaste drücken. Falls Sie Ihre Spritzen nicht verwenden und diese Kameraden nicht im Stich zu lassen wollen, können Sie zu Ihrer Waffe wechseln, indem Sie 2 oder B oder drücken. Wenn Sie keinen Spritzen haben, können Sie den Job entweder mit Ihrer Waffe zu Ende bringen oder E drücken, um Ihren Kameraden sein Schicksal zu belassen. Vergessen Sie nicht, wenn ein Kamerad stirbt, ist es für ihr immer fort. Versuche es irgendwie. Okay. Tut mir leid. Kurze Amtszeit für Michelle. Ach ja. Können wir nichts machen. Schade, schade. Gut, aber somit haben wir auch einen weiteren Job abgeschlossen. Einen tödlichen Job. Gut, war eigentlich nicht so beabsichtigt, dass ich die umbringe, aber... Ich hatte keine Spritze mehr, aber ich wusste jetzt eigentlich nicht, dass ich da... Äh... Wie soll ich sagen? Dass ich da... Die heilen muss mit der Spritze. Ich dachte, die könnte ich so verbinden. So wollte ich das sagen. Gut, ich würde vorschlagen... Ja, Moment, Moment. Ähm... Normalerweise müsste man in die Stadt zuerst und von dort aus müsste man... Die... Die Gebiete hier abreißen. Ich wollte nämlich erstmal die Gebiete hier machen. Die Vorposten und so alles. Zum Beispiel. Ähm... Hier oben ist auch ein... Mast. Da könnten wir auch hingehen. Ja, pass mal auf. Dann gehen wir erstmal zurück. Machen das da. Und dann würde ich vorschlagen... Dass wir so nach und nach so ein paar Posten freischalten. Dann gibt es auch weniger... Äh... Menschen... Gegen die wir kämpfen müssen. Und es gibt weniger Probleme. Wie man sieht. So, erstmal einsammeln, was die hier bei sich hatten. Na, Kollege? Ja, gut. Jetzt müssen wir hier nur noch wieder hinter dem Baum wegkommen. So. Dann gehen wir da mal zu Fuß hin. Am besten immer so ein bisschen den Kompass halten hier. Weil man sieht, ob da irgendwo ein Diamant ist. So. Bevor es jetzt weitergeht, speichere ich mal kurz. Wir sind jetzt schließlich schon so weit gekommen. Es wird gespeichert. Und dann versuchen wir mal diesen Vorposten hier vorne gleich zu erobern erstmal. Gucken, ob das klappt. Und wenn, dann haben wir da keine Probleme mehr. Von dem zu erwarten zumindest. Okay. Okay, okay. Oh, super. Spritzen. Hä? Warum steht denn der auf einmal vor mir? Eben war er doch noch gar nicht da. Ne, egal. Oh, nochmal schon mal einen. Fertig. Wo sind die anderen? Müssen auch noch irgendwo welche sein. Menschenskinder. Also ich stelle mich auch blöd an, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist das auch genauso lustig. Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht lustig. Aber ich glaube, das ist immer so bisher gewesen. Und irgendwann lernt man dazu. Und man steigert sich auch von der Qualität her, wie man gerade spielt. Das ist ja auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Habe ich den Posten jetzt eigentlich hier schon frei? Tatsächlich. Gut. Dann brauche ich da eigentlich gar nichts machen. Könnte ich nämlich eigentlich hier sagen, komm, wir gehen jetzt hier mal hoch, wo dieser, äh, Strommast ist. Da hinten ist er. Da können wir hingehen. Ah, da scheint auch ein Koffer zu sein. Das ist gut. Das kommt mir dann auf jeden Fall gelegend. So, wo ist denn der Koffer erstmal? Stimmt ja irgendwo im Auto drin, ne? Hm. Anscheinend müssen wir hier hoch. Okay, dann hopp, 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 hoch mit hier. Ah, da ist der Koffer. Okay. Mal gucken, was wir drin haben. Wie viel? Einen. Na ja. Ich bin nicht wählerisch. So, dann machen wir mal den Stromkasten hier. Jo. Ein anonymer, also. Und was müssen wir machen? Will ich mal sehen. Ach, da unten. Okay. Ja, aber das würde ich sagen, machen wir dann erst in der nächsten Folge, ne? Wenn ich Symbole einfügen müsste, wäre das echt ein komisches Symbol. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.